Was ist deine Lieblingsfarbe, Flecky? Meine Lieblingsfarbe... Grün. Was ist dein Lieblingsfresschen, Flecky? Also, ich liebe Paprika. Die ist sowas von lecker und auch trocken gut hat. Aber was ich am meisten mag, sind Leckerlis. Was magst du, Flecky? Leckerlis? Hacken, Schlagen und meinen manchmal ziemlich nervigen und verpeilten Bruder. Was magst du nicht? Was ich nicht mag, ist, wenn ich nicht das Essen kriege, was ich will. Wenn das nicht so schwer abrufen lässt, das ist doof. Deine Stärke... Dass ich klug und sportlich bin, dass ich viel Frässchen in mich hineinstopfen kann und dass ich für Leute, die ich lieb habe, immer da bin und dass ich immer vor Ort bin, wenn jemand mal hier Hilfe braucht. Deine Schwäche? Meine Schwäche ist, dass ich manchmal ein bisschen zu viel rede und es manchmal ein bisschen übertreibe. Manchmal ein bisschen zu neugierig bin. Und mein größter Wunsch ist, dass mein ober-super-duper-kaninisches Leben einfach so weitergeht, weil ich damit total zufrieden bin. Aber dann sag ichita dir dasiere Achtung. Was ist mir weiter zu können. Ich gebe da auch die Ächtung. Was ist das voila. Geil